Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Reflexrhetorik Verkaufstraining to go. Mein Name ist Thomas Bortin und heute habe ich ein super interessantes Thema mitgebracht, wie jedes Mal irgendwie. Heute geht es um das Geheimnis des Smalltalks. Du weißt schon, Smalltalk ist das, was man macht, bevor man ins eigentliche Verkaufsgespräch einsteigt. Und natürlich dient der Smalltalk auch in erster Linie mal dazu, ein Stück weit warm zu werden mit seinem Gesprächspartner. Aber ganz ehrlich, Smalltalk kann so viel mehr bewirken, wenn du weißt, wie es geht. Ja, du kannst mit richtig eingesetzten Smalltalk deinem Gesprächspartner schon ein paar Ideen ins Gehirn pflanzen, noch bevor das Verkaufsgespräch ja offiziell begonnen hat. Und ich habe dir mit der Folge eine Überschrift mitgeliefert, die ich mit Absicht Manipulation mit Smalltalk genannt habe, obwohl ich weiß, dass es da draußen viele gibt, die denken, oh Manipulation, böses Wort, darf man das? Ja, Manipulation bedeutet die gezielte und verdeckte Einflussnahme. Also sämtliche Dinge, die du tust, die auf die Steuerung der Erlebniswelt und des Verhaltens deines Gegenübers einwirken und ihm verborgen bleiben sollen. Und der Passus und ihm verborgen bleiben sollen, der macht es moralisch ein wenig heikel. Ja, das kann schon sein. Da ist immer die Frage, die du dir selber beantworten musst. Willst du Menschen gezielt unbewusst beeinflussen? Die Frage musst du dir selber beantworten. Das kann ich für dich nicht machen. Ich kann dir nur sagen, es funktioniert. Ja, lass uns mal ins Eingemachte gehen. Die psychologische Grundlage, um Smalltalk als Verkaufswerkzeug richtig zu nutzen, nennt sich Priming. Priming bedeutet, wenn man es mal ganz locker definiert, bei seinem Gegenüber ganz gezielt eine Erlebniswelt zu aktivieren, die ihn in eine bestimmte Grundstimmung versetzt. Also du aktivierst dabei das sogenannte implizite Gedächtnis deines Gesprächspartners. Das ist der Teil des Gedächtnisses, der sich auf Erleben und Verhalten des Menschen auswirkt, ohne dabei ins Bewusstsein zu treten. Und das klingt jetzt super kompliziert, ist aber eigentlich total einfach. Ich mache dir mal ein Beispiel. Das ist ein uralter Trick, der wird gerne von den amerikanischen Immobilienmaklern genutzt. Wenn sie ein Haus verkaufen wollen, backen sie in dem Haus tatsächlich in dem Ofen erstmal ein schönes, frisches Brot, damit das ganze Haus dann nach frisch gebackenem Brot riecht. Und wenn der potenzielle Käufer jetzt das Haus betritt, dann riecht er als erstes das gebackene Brot und fühlt sich sofort heimisch. Der Duft aktiviert also eine Erlebniswelt in dem Kunden. Und die Frage ist, kann das Einfluss auf seine Kaufentscheidungen nehmen? Und ich denke, ja, sonst würden die amerikanischen Immobilienmakler ja das nicht machen. Jetzt brauchst du aber gar nicht nach Amerika zu gehen. Geh einfach mal in eine größere Buchhandlung in Deutschland. Wenn du eine richtige Leseratte bist, dann liebst du schon allein den Duft von neuen Büchern. Das bringt dich schon wieder in eine ganz gezielte Stimmung, in so eine richtige Kaufstimmung, um dir mal wieder ein gutes Buch zu besorgen. Und falls das nicht reicht, gibt es ja Gott sei Dank in jeder zweiten Buchhandlung mittlerweile so kleine Cafés, die ständig den Duft von frischem Kaffee durch die ganze Buchhandlung verteilen. Und die Frage ist, welche Erlebniswelt wird denn da bei dem Kunden aktiviert? Und ich kann dir das sagen, die Erlebniswelt, die würde sich zusammensetzen aus so Worten wie Gemütlichkeit, sich Zeit nehmen, Auszeit, Entspannen, kurz gesagt, einfach mal ein gutes Buch lesen. Das funktioniert übrigens auch in die andere Richtung. Kennst du zum Beispiel den typischen Geruch in vielen Zahnarztpraxen? Bei den meisten werden da nicht die allerangenehmsten Erlebniswelten aktiviert. Halten wir mal fest, es ist also durchaus möglich, durch das Besetzen von bestimmten Reizen, die Erlebniswelt unseres Gegenübers zu beeinflussen, also sozusagen die Grundstimmung unseres Gesprächspartners einzufärben. Zwar haben wir jetzt viel über den Geruchsreiz gesprochen, aber jede Form von Reiz, also auch Musik, Sprache, Bilder und so weiter, können bei uns Erlebniswelten auslösen. Und ein erstaunliches Experiment zur unbewussten Beeinflussung von Verhalten durch das Priming hat der Psychologe John A. Bark 1996 durchgeführt. Und die Erkenntnisse von diesem Experiment waren so beeindruckend, dass es sofort in die Liste der klassischen Experimente in der Psychologie eingegangen ist. Was er gemacht hat, ist schnell erklärt. Er hat zwei Versuchsgruppen gebildet und die sollten sich zunächst mal mit einer Liste von Wörtern beschäftigen und daraus Sätze bilden. Und dann sollten sie für eine zweite Aufgabe in einen anderen Raum gehen, der am Ende eines Korridors lag. Und in dem Experiment ging es tatsächlich darum zu messen, wie lange die beiden unterschiedlichen Versuchsgruppen brauchen für die Gehstrecke von dem einen Büro ins andere. Die eine Hälfte der Versuchspersonen, die wurde jetzt die Experimentalgruppe also, hatte im Gegensatz zu der anderen Gruppe Wortlisten bekommen, die mit alten Menschen assoziiert waren. Also zum Beispiel Worte wie Glatze, langsam, gebrechlich, die sie sich durchlesen mussten. Und diese Gruppe, und das ist das Erstaunliche, ging deutlich langsamer als die Kontrollgruppe durch den Korridor. Das heißt, allein durch das Lesen bestimmter Wörter wurde das Verhalten der Personen, der Probanden, könnte man hier sagen, also so beeinflusst und zwar ohne, dass sie es gemerkt haben. Und so funktioniert Manipulation mit Priming. Und wenn du dich jetzt fragst, was hat das Ganze mit Smalltalk zu tun, dann lass uns mal einen Schritt weiter gehen. Mit dem richtigen Smalltalk kannst du die Erlebniswelten bei deinen Kunden aktivieren, die ihn für dein Produkt oder für deine Dienstleistung eher aufgeschlossen machen. Die erste Frage ist also, welche Erlebniswelten willst du aktivieren? Welche Grundstimmung willst du aktivieren, weil sie einfach eine gute Grundlage für dein Verkaufsgespräch bilden würden. Stell dir mal vor, du hast einen Termin bei einem Kunden, der vielleicht schon einen Lieferanten hat oder einen Ansprechpartner für exakt die Dienstleistung, die du anbietest oder für das Produkt. Und du möchtest dich jetzt ebenfalls als Lieferant oder Dienstleister positionieren. Dann wäre es ja hilfreich, im Smalltalk eine Erlebniswelt rund um das Thema erfolgreiche Veränderung, also ausprobieren, testen, überprüfen zu schaffen. Das würde helfen. Einfach, um ihn für neue Wege zu öffnen. Die Frage ist, wie könnte sich das jetzt in der Praxis anhören? Nehmen wir ruhig mal. Als Standardthema, als Standard Smalltalk Thema so die Frage, sind sie gut hergekommen? Das kriegst du ja häufig als Standard Smalltalk Thema angeboten. Jetzt kannst du gezielt die Erlebniswelt oder die Grundstimmung erfolgreiche Veränderung aktivieren, indem du den Smalltalk in exakt die Richtung lenkst. Das könnte sich dann so anhören, dass ich auf die Frage, sind sie gut hergekommen? Vielleicht sowas antworte wie, ja Mensch, vielen Dank, war ein bisschen schwierig mit der Verkehrslage, aber ich bin super durchgekommen. Ich habe nämlich gerade eine neue Navigations-App ausprobiert, die die aktuelle Verkehrslage minutengenaus kennt und dann wirklich ganz gezielte Routenvorschläge macht. Und das Ding funktioniert noch besser, noch exakter und schneller als mein Standard Navi im Auto. Und da muss man ja wirklich sagen, die Entwicklung geht in dem Bereich ja rasant schnell. Man muss wirklich immer gucken, testen und vergleichen, damit man da wirklich das Beste auf dem Markt für sich auch findet. Dieser Smalltalk, das ist ja ein Angebot, das Gespräch geht ja weiter, der Gesprächspartner reagiert ja darauf, aber dieser Smalltalk hat das Potenzial zur unbewussten Veränderung. Leider, leider denken wir als Verkäufer viel zu wenig in diesen psychologischen Dimensionen, was man damit alles machen kann. Und da kann es natürlich auch vorkommen, dass wir den Smalltalk am Anfang völlig vergeigen, weil du quasi dem Unterbewusstsein des Kunden, in diesem Fall erzählst, dass das zum Beispiel etwas Neues ausprobieren schlecht ist. Ja, das würde sich dann so anhören, dass du sagen würdest, auf die Frage, sind sie gut angekommen? Ja, gerade so, also ich fahre sonst eigentlich immer mit der Bahn. Jetzt habe ich mal das Auto ausprobiert mit der Strecke und ich habe mich wirklich von einem Stau in den anderen gequält. Und ich habe mit großem Glück bin ich heute pünktlich, weil ich so zeitlich losgefahren bin. Und für die Zukunft lautet da meine Devise wirklich keine Experimente bei wichtigen Gesprächen, da fahre ich wirklich lieber mit der Bahn. Da weiß ich auch, dass es funktioniert. Ja, jetzt wo wir das über Smalltalk besprochen haben und mit dem Priming, da weißt du, dass dieser Smalltalk gerade eine glatte 6 war, weil er eine völlig kontraproduktive Erlebniswelt geschaffen hat. Den Kunden jetzt davon zu überzeugen, einmal zu testen, einmal zu vergleichen, das wird bestimmt nicht einfacher. Also, wenn du die Power des Smalltalks für dich nutzen willst, musst du eigentlich nur zwei Dinge machen. Überleg dir erstens mal, welche Grundstimmung, welche Erlebniswelten du bei deinem Kunden aktivieren möchtest, die dir helfen, dein Produkt wirklich auf eine solide Basis zu stellen und zu präsentieren. Und zweitens, mit welchen Themen und Beispielen du das im eigentlichen Smalltalk dann umsetzen kannst, sodass du das Ziel auch erreichst. Das hört sich jetzt an, als wenn das eine ganze Menge Kreativität erfordert. Ja, das stimmt, aber das setze ich mal bei dir voraus. Da du dir diesen Podcast anhörst, ist das ja schon ein Zeichen dafür, dass du gerne an dir arbeitest und dass du dich auch hinsetzt und beispielsweise mal auch etwas ungewöhnlichere Wege zum Erfolg gehst. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn das wieder eine gute Anregung war, um deinen Werkzeugkoffer mit neuen Überzeugungstechniken zu füllen, dann würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Wenn du von mir über neue Verkaufstechniken, Verkaufsrhetoriken und Überzeugungstechniken auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, dann abonniere am besten mein Newsletter unter www.botin.de slash Newsletter. Dann hältst du einmal in der Woche neue Impulse zu Verkaufstechniken, also neue Podcastfolgen, die ich gemacht habe, neue Videos, aber auch neue Checklisten und so weiter. All das, was man braucht, um seine eigene Verkaufsrhetorik wirklich ständig zu verbessern. Du kannst dir als Newsletter-Abonnent die kompletten Checklisten im Download-Bereich runterladen, musst dich dafür nicht nochmal extra anmelden. Ich finde, das ist eine tolle Geschichte, um einfach auch nochmal Spaß auf Weiß zu haben, wie man in unterschiedlichen Einwandsituationen beispielsweise reagiert. Ich würde mich freuen, wenn du Newsletter-Abonnent wirst und ich würde mich noch mehr freuen, wenn du nächste Woche wieder reinhörst in den Podcast. Bis dahin wünsche ich dir das nötige Quäntchen Vertriebserfolg und vor allen Dingen viel Spaß beim Experimentieren und beim Ausbauen deiner persönlichen Verkaufsrhetorik. Tschüss!